Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar wieder aus Raft. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eben den Wasserkocher und den Öl gemacht. Und inzwischen haben wir schon eine Angel gebaut. Und ja, jetzt wollen wir die ersten Fische angeln, damit wir was zum Essen haben. Und dann machen wir gleich weiter. Und dann passt das. Segel haben wir auch gebaut, jetzt müssen wir nur auf die Insel um. Later. Achso, dann können wir nur. Eieieiei. Den können wir nur einmal schmeißen. Ah. Ja, den können wir eben das verbinden. Naja, was will man noch? A few moments later. Naja, was will man noch? So, dann können wir wieder wegfolgen. Ah. So, und dann machen wir weiter. So, dann machen wir weiter. Ja, blank. Und dann kommen wir auf die Insel, als voll ich wieder habe. Okay, das ist auch nicht normal. So, dann angeln wir noch schnell ein bisschen. Und dann haben wir einmal. Woll ich wieder aufhören. Ah, jetzt ist die Blanke, ah toll, ich will ja schauen, ob ich mal Blanke kriegen, aber na ja, was wollen wir denn? So, fangen wir noch ein bisschen weiter, dann schauen wir eben, damit wir da noch ein bisschen Holtysblanken kriegen und raus. Na, kommt da jetzt noch ein bisschen Plastik oder eher nicht? Na ja, was wollen wir denn? Ah, dann, schauen wir weiter, aber das machen wir in der nächsten Folge, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja dann lasst du gerne ein Like, schreibt dann in den Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, macht's gut, tschau. Ciao. Ciao.